Guten Tag, Peter Johannes Hänsel. Ich begrüße Sie. Ich bin Astrologe in Berlin und Gründer und Leiter des Astro Polarity Ausbildungszentrums. Ich möchte in diesem Video in absoluter Kurzform das Geburtsbild oder vielmehr besser einen Teil des Geburtsbildes von Sarah Palin besprechen. Das ist ja die amerikanische Ex-Gouverneurin von Alaska, die 2008 versucht hat, für die Republikanische Partei den Wahlkampf zu bestreiten und hatte sich da als Vizepräsidentin engagiert und angeboten. Wir wissen ja, dass Barack Obama zum Präsidenten gewählt worden ist von der Demokratischen Partei und insofern Sarah Palin da nicht ihr Ziel erreichen konnte. Das ist aber nicht so unbedingt das Thema dieses kleinen Videos, sondern eher der Umstand, dass die gute Frau doch eine ganz, ganz stark männliche Ausstrahlung und auch Komponente Ausstrahlung, nicht unbedingt in ihrer äußeren Erscheinung, aber im gesamten Verhalten hat. Und das ist also für mich schon immer sehr, sehr auffällig gewesen. Und insofern bin ich mal ganz kurz einfach der Frage nachgegangen, woran das denn im Geburtsbild wohl liegen könnte. Also wir sehen hier ihr Geburtsbild. Sarah Palin am 11. Februar 1964 geboren in Sandpoint. Das ist in Idaho. Und es gibt hier einige Konstellationen, die massiv für solche stark männlichen Ausstrahlung und Verhaltensweisen bei Frauen sprechen. Da gibt es vor allen Dingen zwei grundsätzlich wichtige. Das eine ist eine Mars-Uranus-Konstellation. Die haben wir hier im Geburtsbild durch den Mars im Wassermann. Und die zweite Konstellation, die allerdings in gleichem Inhalt, aber erheblich intensiver und tiefgehender unbewusst wirkt, ist der Uranus-Pluto. Und den haben wir dadurch, dass hier der Pluto in Feld Nummer 11 steht. Also ich denke, dass hier der Pluto in 11, Uranus-Pluto, diejenige Konstellation im Fokus ist, die am besten erklären kann, warum Sarah Palin eine derart dominante Frau ist, die natürlich auch überhaupt gar keine Probleme hat, sich mit Männern in jeglicher Weise anzulehnen, beziehungsweise die keine Probleme hat, in einer gewissen Weise ihren Mann zu stehen. Wobei ich das also nicht unbedingt in einer ganz normalen Weise meine, sondern hier auch schon von starken Kompensationsmechanismen spreche. In dem Sinne, dass also die gute Frau hier aus vielen Nöten eigentlich versucht, Tugenden zu machen. Uranus-Pluto als Konstellation hier im Radix ist, wenn sie im Geburtsbild einer Frau auftaucht, immer eine Konstellation dafür, dass also das männliche Prinzip, vor allen Dingen schon auch seitens der Mutter, während das Kind im Bauch der Mama war, sehr, sehr stark geschwächt war, im Sinne eines entsprechenden Vertrauensmangels, der seitens der Mutter und damit also auch übertragen auf das Kind, auf die Sarah, ein Vertrauensmangel in Bezug auf das männliche Prinzip, damit also auch auf Männer an sich. Und daraus allein erklärt sich schon sehr leicht, wie das Verhalten von Sarah Palin interpretiert werden kann. Denn ihre gesamte Ausstrahlung geht eigentlich immer in Richtung, ich muss das alles alleine machen, ohne mich läuft der Laden nicht. Und das sind letzten Endes aber, wenn man das astrologisch oder auch psychologisch, tiefenpsychologisch betrachtet, ganz massive Kompensationsmechanismen. Kompensation bedeutet immer, ich tue als ob. Das ist also keine wahrhaftige innere Überzeugung, die dann eine Rolle spielt, sondern wie gesagt, da wird aus einer Not oft eine Tugend gemacht. Interessant in diesem Zusammenhang ist natürlich auch immer, in welchem Wirkungszusammenhang beziehungsweise in welchen Bedingungen sich so ein Fokus, den wir jetzt hier gerade mit Uranus-Pluto betrachten, abspielt. Und innerhalb der Astro-Polarity-Lehre betrachten wir die Rahmenbedingungen, also das, was sozusagen den Fokus umgibt und ihn bedingt, immer in folgender Weise. Wir schauen, in welchem Feld also die Fokus-Konstellation stattfindet. Das ist hier in Feld Nummer 11 und an der 11. Felderspitze befindet sich das Zeichen Löwe. Zum Löwen gehört die Sonne und die steht hier unten wiederum im Wassermann. Das ist auch eine Analogie, eine Ähnlichkeit zu dem Uranus-Pluto an sich als Fokus. Die Sonne im Wassermann ist eine Sonne-Uranus-Konstellation und die ist auch noch in Konjunktion mit Mars und Saturn, was also eine extreme Brisanz und einen extremen unbewussten Wunsch auch anders zu sein, skizziert. Dieses Anderssein, das ist natürlich bei einer Frau im Sinne von Uranus-Pluto auch immer vorhanden, nach dem Motto, ich muss alles alleine machen und die Männer sind schwach und die bringen es nicht. Das ist natürlich keine unbedingt normale Einstellung, die eine Frau mit sich bringt. Insofern ist das schon auch ungewöhnlich und ein sehr starkes Alleinstellungsmerkmal. Aber die Rahmenbedingungen, in der dieser Vertrauensmangel in das männliche Prinzip hier stattfindet bei der Sarah Palin, die Rahmenbedingungen, also Sonne, Uranus, Mars und Saturn, die verstärken diesen Vertrauensmangel in das männliche Prinzip natürlich enorm. Denn sie hat ja unter anderem nicht nur Sonne-Uranus, sondern auch Sonne-Mars und Sonne-Saturn, beziehungsweise, wenn man so will, auch noch Mars-Saturn hier dran zu hängen an der Rahmenbedingungen. Und das ist ein unglaublicher Leistungswille und zwar immer im Sinne des uranischen Prinzips, was hier unten im Wassermann wirkt, im Sinne von anders sein wollen. Also, lange Rede, kurzer Sinn, keine normale Frau. Ich habe das zusammengefasst. Die Wirkungskonstellation haben wir Uranus-Pluto durch den Pluto in Feld Nummer 11. Und die entsprechende Rahmenbedingung dafür ist die Konstellation Sonne-Uranus, also das war Sonne im Wassermann, in Konjunktion mit Mars und Saturn. Jetzt ist auch sehr interessant zu sehen, dass im Moment der entsprechenden Präsidentschaftswahl, und das war am 4. November 2008, genau diese Uranus-Pluto-Konstellation ausgelöst worden ist, und zwar durch den Pyramidenrhythmus, den wir innerhalb der Astropolitik-Lehre benutzen, den sogenannten 76-Monats-Rhythmus, hier ist das kurz eingezeichnet, der in verschiedenen Richtungen entweder nach oben oder nach unten verläuft und vor allen Dingen auch in den Trigonen immer sehr wirksam ist. Und wenn wir uns das hier anschauen, hier haben wir den links verschobenen 76er-Pyramidenrhythmus, der steht auf 13 Grad im Stier und von dort aus sind es exakt 120 Grad, also ein exaktes Trigon zum Pluto, der in 13 Grad Jungfrau steht. Das heißt, lange Rede, kurzer Sinn, dieser Uranus-Pluto ist genau zum Zeitpunkt der Präsidentschaftswahl 2008 ausgelöst worden. Und das heißt übersetzt, genau in diesem Zeitpunkt, zu diesem Zeitpunkt, wurde ihr Vertrauensmangel in das männliche Prinzip wieder bestätigt, in dem Sinne, dass der eigentliche Präsidentschaftskandidat, sie wollte ja nur Vizepräsidentin werden, gescheitert ist von ihrer eigenen republikanischen Partei. Der Präsidentschaftskandidat ist gescheitert und insofern hat sie ja danach auch gleich gesagt, ich will bei der nächsten Wahl 2012 kandidieren. Also exakte Auslösung im Pyramidenrhythmus dieses Prinzips, ich kann den Männern nicht vertrauen, ich muss das alles alleine machen. Soweit von mir zu diesem interessanten Geburtsbild von Sarah Palin und ja, ich hoffe, bis zum nächsten Mal. Vierta Krebs schräg Apparently Sie but Inter Они Sie 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 Sie